Hallo Leute, es ist soweit, Finale bei der Futsal Kreismeisterschaft in Maikammer. Und gleichzeitig ein Lokalderby, denn der FSV Schieferstadt trifft auf Phoenix Schieferstadt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen und lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und verpasst auch nicht die anderen Videos von der Futsal Kreismeisterschaft, es sind einige gute dabei. Oder am besten abonniert unseren Kanal. Bis dann, euer Team, euer Partner und der Verein. BBE, BABY, 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 BABY! Danke schön, auf Wiedersehen. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. 1 Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, 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 ja.